Ja, Grüße und Willkommen Boomorshys hier bei einem neuen VR-Mod-Video. Es ist da. Sie ist da. Die Unreal Engine VR Injector-Mod. Gefühlt haben wir ewig darauf gewartet, aber ich glaube, Pradock hat in Anführungsstrichen fast nur ein Jahr dafür gebraucht. Und dafür, was sie in einem Jahr damit auf die Beine gestellt hat, ist schon sehr beeindruckend. Leider hatte ich keinen frühen Zugang zu dieser Mod wie manch anderer im deutschen Sektor. Deswegen konnte ich diese Mod noch nicht ausführlich probieren und deswegen kann ich noch kein vernünftiges Tutorial zu dieser Mod abliefern. Dennoch möchte ich euch einen kurzen Überblick über diese Mod geben, wie ihr ein Spiel in VR startet und soweit ich es mir selber beibringen konnte, euch die absoluten Grundlagen dieser Mod zeigen. Also dies ist kein finales Tutorial, sondern wirklich nur ein sehr, sehr grober Überblick über diese Mod. Fangen wir an. Alles, was ich euch in diesem Video zeige, versuche ich als Link in die Beschreibung zu packen. Als allererstes fangen wir mit der offiziellen Seite an. Hier bekommen wir einen großen Überblick, was die ganze Injector-Mod kann, einen Link zu GitHub, wo wir die Mod runterladen können, die Dokumentation für die Mod, den Link zum Flat2VR Discord und wenn jemand Pradock unterstützen möchte mit ein bisschen Taschengeld oder sowas, kann man dann auch noch donaten. Die Mod an sich ist komplett gratis. Wer meine anderen Tutorial-Videos kennt, wer weiß, auf der GitHub-Seite bei Releases gibt es die aktuellste Version zum Runterladen. Das ist die UEVR.zip. Die packt ihr euch irgendwo auf euren Rechner oder Laptop und dann wird es interessant für einige von euch. Bei mir ist sofort der Windows Defender angeschlagen, weil die Mod wird als falsch positiv erkannt, als einen schwerwiegenden Trojaner und Windows löscht sofort diese Datei weg. Ihr müsst die Excel-Datei Whitelisten oder als Ausnahme für Windows Defender hinzufügen. Falls ihr die nicht hinzufügen könnt und Windows die Datei immer eher löscht, müsst ihr einmal den Windows Defender deaktivieren, die Datei erlauben und dann den Windows Defender wieder aktivieren. Das Ganze könnt ihr bei Viren- und Bedrohungsschutz machen. Ihr geht auf Einstellungen verwalten, scrollt runter, unter Ausschlüsse, Ausschlüsse hinzufügen oder entfernen. Geht auf Ausschluss hinzufügen, könnt ihr entweder Datei oder Verzeichnis aussuchen und die habe ich schon drin, da habe ich den urvinjector.exe als Ausnahme zugefügt. Dann zickt Windows nicht mehr rum und ihr könnt in aller Ruhe die Mod benutzen. Um euch das Handhaben und Navigieren der Mod minimal zu vereinfachen, könnt ihr ein Tool herunterladen, welches eure Spiele anzeigt, die ihr installiert habt, egal ob Unreal oder Unity. Unter Mods könnt ihr den Injector auch installieren. Den habe ich jetzt drauf, der war vorher noch nicht drauf. Wenn ihr auf installierte Spiele geht, jetzt zum Beispiel Alien Fireteam Elite, könnt ihr dann, hier habt ihr den UEVR, auf Run klicken und er startet den Mod oder die Mod und wartet dann einfach nur darauf, dass das Spiel startet. Siehst du, er wartet schon auf die Endeavor Shipping Exe, das ist die Exe-Datei von Aliens Fireteam Elite. Das ist eine ganz bequeme Sache, aber ich zeige euch das trotzdem mal, wie man das in Anführungsstrichen oldschool macht oder manuell. Ich habe mir eine Verknüpfung der Injector Exe auf dem Desktop erstellt. Der Ablauf ist fast identisch, außer dass ihr einen zusätzlichen Schritt machen müsst. Ihr startet die urvinjector Mod, dann habt ihr auch dasselbe Fenster hier, aber es zeigt jetzt nicht, dass es auf die Exe-Datei wartet. Das würde jetzt wie feucht laufen. Ihr startet auf Steam, Aliens Firestorm Elite, das Spiel lädt dann, startet, ihr habt das dann ganz normal auf dem Monitor, tappt dann zurück zu der Mod, klickt oben auf das Dropdown-Menü und hier würde dann auch die Endeavor Win64 Shipped Exe auftauchen. Die wählt ihr aus, klickt auf Inject und habt quasi genau dasselbe gemacht, als wenn ihr dieses Raypal Tool benutzen würdet und das Spiel sollte dann in VR laden. Bevor ich das zeige, möchte ich euch noch mal kurz das Spreadsheet bzw. Google Spreadsheet von dem Waifu Enjoyer zeigen, der diese Seite erstellt hat. Dort findet ihr leider auf Englisch Tutorials und Anleitungen für die Grundlagen, die ihr seht, die Basics, Profile importiert, wie ihr Controller einstellen könnt, wenn ihr Motion Controller benutzt. Aber wie gesagt, da gehe ich jetzt noch nicht drauf ein in diesem Video, weil ich habe erst auch, wie die meisten, erst seit gestern Zugang zu dieser Mod und ich muss sie auch für mich selber komplett lernen und herausfinden, wie was, wie funktioniert. Das ist so schnell leider nicht gelernt, da hätte ich ein bisschen länger für gebraucht. Daher könnt ihr erst mal auf diese Guides zurückgreifen, aktiviert dann bei YouTube zum Beispiel automatisch erzeugte Untertitel und dann soll das eigentlich nicht so das Problem sein. Ihr habt auch hier dann schon, genau, Ray Paul. Das ist das Tool, was ihr gezeigt habt. Da kommt ihr zu dem Tool hin. Ihr habt schon einige Profile, die ihr importieren könnt. In der Theorie ladet ihr das Profil. Das kann ich auch zeigen, indem ihr auf Import Config geht. Geht das Standortverzeichnis auf. Ich habe es hier zum Beispiel unter Profile gespeichert. Das ist jetzt für Robocop ein fertiges Profil. Klickt da drauf, öffnen und dann importiert er diese Config direkt in das Programm. Und diese sind dann hier als entpackte Verzeichnisse aufgelistet. Löscht ihr dieses Verzeichnis, ist die Config verschwunden, startet ihr dieses Spiel erneut. Es stellt die Mod eine Standardkonfiguration und müsstet alles von Hand neu einrichten oder ihr importiert halt wieder die Config. Ich zum Beispiel habe jetzt eine eigene Robocop-Config, weil Motion Controller, das Binding für Linkshänder funktioniert auch nicht komplett und ich habe mich noch nicht weit genug auseinandergesetzt und wollte halt einmal spielen. Mein Profil besteht daraus, dass ich das Ganze mit Gamepad spiele und mit Kopf-Aiming. Ich würde sagen, wir starten jetzt einmal kurz Robocop. Ich zeige euch, wie der ganze Startvorgang aussieht und dann so grob, was ich jetzt persönlich für mich herausgefunden habe, was man so einstellen kann oder was man zum Anfang einstellen sollte oder worauf man achten müsste, wenn man selber das erste VR-Erlebnis mit der Injector-Mod selber angehen möchte. Ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn man da nicht alles sieht. Wir überspringen jetzt einmal die... Was ich jetzt eben noch einmal kurz zeigen kann... Ich mache das mal wieder mittig. Falls ihr ein 21 zu 9 Monitor oder mit einer weiteren Aspekt Race-View habt, wollte ich schon gerade sagen, stellt es am besten auf Fenster und nehmt eine 16 zu 9 Auflösung. Ich habe jetzt 1920x1080 genommen. Es geht auch 1780x720 oder was das ist. Das Ganze ist, hat den Hintergrund, das HUD, was ihr im Spiel seht, benutzt das Seitenverhältnis eurer Monitorauflösung. Deswegen macht es Sinn, ein 16 zu 9 Format zu nehmen, damit ihr möglichst kompaktes HUD habt, dass es nicht zu weit auseinander gestreckt ist. Das nochmal als kleiner Hinweis. Wenn wir jetzt das ganze VR haben möchten, ich stelle das immer auf OpenX-Air. Dropdown-Menü in die Robocop Wind 64 Shipping. Dann kommt hier schon ein bisschen was. Der lädt dann schon ein paar Voreinstellungen, die ich hatte, wie die Kameraeinstellungen und sowas. Klickt dann auf Inject. Gehen wir da wieder zurück. Na komm schon. So. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, wie ich dieses Ghost-Ding vom Titelbild wegkriege, obwohl ich schon im VR bin. Aber da springen wir jetzt sowieso in VR rein. Wuppdiwupp. So, und hier sind wir in VR. Äh, ein Moment. So, dass er so ein bisschen zuppel flimmert. Das ist jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt anhand meiner Einstellung, die ich mit der Kamera gemacht habe. So, zack. Wir gehen mal ins Spiel. Irritiert das Menü im Hintergrund nicht so dermaßen. Und hier wären wir in VR in Robocop. Ich tue mal eben einmal die Auflösung ein minimal niedriger stellen. Das könnt ihr hier on the fly. Wird die Auflösung angepasst, wenn die OpenX-Air benutzt. Und ja, jetzt wären wir hier. Ich habe jetzt noch eine Taste für mich definiert, dass ich die Kopfposition der Spielefigur zurücksetze. Hätte so sein sollen. Oh, ich habe die Taste gedrückt. Sehr gut. Hatte die Einstellung nicht übernommen oder habe ich damals die... Oh, hat er jetzt in meiner Konfig nicht übernommen? Ba-ba-ba-ba-da. Warte, ich nicht, die dumme Sau. Wollte ich nicht. So, das Standing unter Keybinds. Ihr habt vorher die ganzen Menüs nicht. Ihr müsst auf Show it. Oder seht ihr das überhaupt komplett? Ja, Show it once. Options, dann seht ihr mehr. Aber die Sachen erstmal könnt ihr noch außen vor lassen. Alles, was unter Keybinds ist. Ich habe jetzt einfach das Set Standing Oregon Key und Re-Center View Key. Die Tasten setze ich mir. Ihr könnt das auch hier per Knopfdruck machen, aber per Tastatur ist natürlich einfacher. So, ich stelle mich mal in einer bequemen Position hin. So, und dann können wir jetzt hier loslaufen und uns frei umsehen. Das ist schon ziemlich geil. Genau, ich habe jetzt hier Kopf-Aimming-up. In der Vanille-Einstellung benutzt die Injector-Mod die Eingaben der Spiele-Einstellung. Das heißt, ich könnte jetzt mit dem Analog-Stick hoch- und runtergucken, links-rechts drehen. Das Ganze habe ich dann eingestellt, bzw. wenn ihr die Mod das erste Mal benutzt, seid ihr auf bei Runtime, was wir eben schon gesehen haben. Da habe ich ein bisschen die Auflösung runtergestellt. Das variiert halt je von Spiel. Wenn ihr ein Spiel habt, was nicht so viel Performance braucht, könnt ihr das natürlich höher prügeln. Ihr könnt hier Overlay Options, das User Interface des Spiels, könnt ihr hier anpassen. Ihr könnt die Distanz ändern. Die Größe, ich setze das mal wieder zurück auf 2. Ob das weiter höher setzt, weiter tiefer setzt, das könnt ihr alles anpassen. Das würde ich, abgesehen der Größe und der Distanz unberührt lassen, wenn ihr Ziel mit dem Kopf benutzt. Dann setzt ihr natürlich, das hat höher, passt das Fahnenkreuz nicht mehr mit dem Überein, wo ihr hinschießt. Deswegen am besten unberührt lassen. Dann könnt ihr auf Kamera gehen. Die Couple Pitch geht jetzt nicht, weil ich Kopf Aiming habe. Die Couple Pitch wäre jetzt, dass ihr nicht mit der Maus oder mit dem Thumbpad hoch und runter gucken könnt. Ihr guckt dann nur noch mit dem Kopf hoch, also mit dem Headset. Auto Adjust User Interface würde ich auch anlassen, wenn ihr Kopf Aiming habt, weil dann seht ihr, geht das HUD mit. Hut Aiming oder Kopf Aiming stellt ihr ein, indem ihr auf Input geht und dann Zielmethode. Ist jetzt auf rechter Controller. Ja, das sind irgendwie die falschen Einstellungen, sind nicht die richtigen Einstellungen. Ah, scheiße, ich habe die ja, die Ocean Controller Einstellung, das habe ich auch keine Hände, ist auch egal. Auf Kopf, das wäre dann die Kopf zielen. Ich hätte meine Einstellungen importieren sollen, aber das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Ist ja nur kurz zu zeigen, die grobe Übersicht. Ja, und dann solltet ihr rein theoretisch, ich weiß natürlich jetzt nicht. Wahrscheinlich sehe ich jetzt keine Hände oder nichts, nur noch die Waffe, die spawnt, aber das ist nicht weiter dramatisch. Ja, das ist, ja, fuck ey, die laden mal eben mein Profil und dann sehen wir uns wieder. Ja, so, das ist mein Profil, man sieht jetzt auch die Hand. Das hat es jetzt auch ein bisschen übersichtlich, also ein bisschen besser vor einem positioniert. Das ist jetzt mit dem Profil, wo ich spiele. Wie gesagt, wir haben jetzt hier Kopf Aiming an. Mit ihm habe ich voll. Und so könnte ich schon absolut perfekt in VR zocken mit Gamepad oder Maus und Tastatur. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen, das ist später bei den Konsolen und, äh, CV, Ars oder Siva Settings. Da habe ich ein bisschen, äh, den eingebauten Schärfe, die eingebauten Schärfefunktion, den Unreal Engine benutzt, dass das ein bisschen knackiger aussieht. Aber wie gesagt, für die Anfangseinstellung, oft bei Shootern, Aiming Method, Kopf Aiming, Kamera, da die beiden Haken rein und bei Runtime, eventuell das hat noch ein bisschen anpassen, beziehungsweise die Auflösung. Und so in der Theorie könnt ihr dann direkt loszocken. Zum Beispiel bei Visage müsst ihr noch weniger einstellen, weil das ist kein Shooter oder dergleichen. Da funktioniert das meist wirklich out of the box. Ja, und was soll ich sagen? Das sieht total geil aus. Das Bild ist wirklich knacke scharf. Das ist wirklich knacke scharf. Das ist halt mega geil. Das ist, das ist absolut, allein die Anzahl der Spiele, die jetzt möglich sind, das ist, sag ich, das erste Mal VR mit der Vive auf dem Berg, bei Vive, äh, bei The Labs erlebt habe, ist das das geilste, was ich jetzt seit langem im VR wiederlebt habe. Das ist, das ist, für PC VR, das ist der geilste Shit ever. Alter. Aber es ist, ihr müsst bedenken, das ist wirklich, wirklich, fummelig zu anfangen. Wenn ihr euch irgendwann mal länger mit der Mod beschäftigt habt, logischerweise, so wie das bei mir auch sein wird, ist das, kommt das quasi aus dem FF. Dann kriegt ihr die Spiele ratzfatz eingestellt, aber man muss es erstmal leeren. Das ist halt immer ein bisschen der Nachteil von Mods. Man muss viel selber machen, aber auch wenn es dann läuft. Ja, das ist, ja, 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 mega geil, ey, fuck, man. Das ist, Alter, und das ist auch noch Robocop, das ist eins der geilsten 80er Jahre Actionfilme und das ist so ein mega geiles Feeling. Wie gesagt, es gibt auch schon ein Profil für Motion Controller Support. Boom, das ist auch so arschbrutal, das Spiel. Für Motion Controller Support hättet ihr aber wirklich nur die Waffe, die ihr dann per Motion Controller bedient und nicht das Handmodell von Robocop. Das müsste man halt ausblenden, weil das funktioniert halt nicht mit den, zusammen mit den Animationen, die das Spiel vorgesehen haben. Aber es funktioniert. Ich kann es noch nicht vernünftig spielen, da, ja, schlicht und ergreifend die Linkshänder-Implementation noch nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Auch das von Hand Neubinden oder Rebinden der Knöpfe funktioniert auch nicht so richtig. Da stürzt das UI ab, speichert die Werte auch nicht. Und ja, das funktioniert. Richtig geil. Ich zeige jetzt noch mal kurz Visage, wie das da aussieht. Ja, und hier wären wir in Visage. Das läuft performancemäßig sogar noch besser, weil das nicht so viel rennen muss. Das läuft jetzt wirklich so, so flüssig. So, so flüssig. Und ey, das soll ja eins der bruseligsten Horrorspiele überhaupt sein. Ich werde es rausfinden. Und das ist halt, ich kann mich hier frei umgucken. Das ist wirklich natives, genau. Das kann ich noch kurz zeigen. Natives VR, wollte ich gerade sagen. Da, native stereo, das ist wirklich VR, wie es nur VR sein kann. Und dann gibt es noch synchronized sequential. Das kann helfen, wenn ihr Grafikfehler bei manchen Spielen habt, ist aber rechenintensiver. Da braucht ihr mehr Performance. Und das ist, glaube ich, Alternate, Iron Ring, was auch, also die Methode, wenn ich das jetzt richtig habe, die auch Luke Ross Smart und sowas benutzen. Ich bin mir jetzt nicht da 100% sicher. Schreibe mich nicht an. Aber wenn es in der TVR läuft, ist es am besten. Da kriegt ihr die beste Performance. Und ja, wie eben schon gesagt. Also ich habe jetzt auch Kopf-Aiming, man kann hier auch interagieren. Hier können Ketzen aufgestellt werden. Schön. Recht zu halten und bewegen. Oh. Das hier geht wahrscheinlich auch mit Motion-Controllern. Das Problem ist aber hier, man hat kein Objekt. Man müsste sich irgendwie ein Objekt auf die Hand spauen, dass man sieht, wo die Hand wäre oder ob das überhaupt funktioniert. Das ist dann halt auch so eine Sache. Fortschrittsraum. Habe ich jetzt nicht gelesen, das war bestimmt wichtig. Das LOD, das ist natürlich wieder, aber das ist, da kann ich leider nichts machen. Das ist Spiele vom Spiel bedingt. Ich habe nicht gelesen und ich hätte bestimmt irgendwas machen sollen. Gehen. 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 Oh, da ist nichts drauf. Okay. Okay. Oh, das ist du. Beschlossen. Du brauchst einen Garagenschlüssel. Ach so, das ist laufen. Ist ja ganz easy. Ja, und das läuft echt, das sieht auch fucking geil aus, Mann ey. Das ist wirklich der geilste Shit überhaupt, Mann. Das klemmt. Ja, ich bin, ich freue mich echt schon, ich habe jetzt zumal eine lange Pause. Ich bin echt so absolut weggeplättet. Alter, das ist echt. Vor allen Dingen, dass wirklich fast jedes Unreal Engine 4 und 5 Spiel damit funktioniert. Nicht jedes wird funktionieren, aber ein so großer Teil der vorhandenen und kommenden Spiele, und ja, absolut geil, absolut geil. Das sollte auch nur ein kurzer Überblick dazu sein. Ich werde, wenn möglich, halt einzelne Spiele zeigen und dann auch zu dem jeweiligen Spiel, wie auch jetzt, wenn ich es soweit voneinander habe, Profile hinzufügen, die dann auch zu dem jeweiligen Spiel in die Beschreibung packen. Die werde ich dann auch mal Google Drive hochladen, dann könnt ihr diese Profile als Ausgangsprofil nehmen. Sollte es dann mal Profile mit Motion Controller sein, werde ich auch darauf hinweisen oder dabei schreiben, die werden auch sortiert sein. Diese Profile mit Motion Controller werden für Linkshänder erstellt sein, wenn es denn irgendwann funktioniert und ich die auch eingestellt kriege und ich mich damit auskenne. Auf jeden Fall, ja, das sollte ein sehr kurzer Überblick eigentlich gewesen sein. Das Video wird aber wahrscheinlich jetzt länger als kurz gewesen sein. Ja, selbst da gab es viel zu zeigen und zu erklären und selbst das war nur halt die Spitze des Eisberges, sagen wir mal so. Da wird dann auch, schätze ich, viel mehr möglich sein. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und ich versuche, so schnell wie möglich, mich mit der Mod familiär, also die Mods zu lernen, dass ich da einigermaßen durchsteige und dann auch ein wirklich gescheites, gutes Tutorial zu geben mit Tipps, die man am besten wo was einstellt. Deswegen benutze ich jetzt mal als Referenz die Links, die ich in die Beschreibung gepackt habe, die Videos von dem Wifu Enjoyer, weil der war Tester mehr oder weniger von Anfang an. Wenn sich einer mit auskennt, dann ist der das, stellt das auf. Ja, automatisch erzeugte Untertitel auf Deutsch, schaut euch die Videos an. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.